Ich will ein Kind von dir, deswegen steh ich jetzt hier. Das ist nicht der passende Moment, du Hufpilz! Meine Schwestern, die ausländischen Mächte planen eine Verschwörung. Sie sagen, in der demokratischen Volksrepublik von Bühn hat das Mannsvolk keine Rechte. Jackie sieht geil aus, oder? Ja, das stimmt. Und ich heirate ihn irgendwann. Nein, er gehört mir. Oh, heiliges Pferdchen spricht zu mir. Pferdchen so schön, Pferdchen so fein. Das Schicksal mein, soll in deinen Hufen sein. Grün! Er hat sich im Laden rumgetrieben. Sie haben gedödelt. Oh, Corinne, hast du einen Stift und Papier? Ich erlerne die Kunst des Schreibens. Das ist selten für einen Jungen. Ah, also schreibst du diese Flugblätter. Bist du der ausländische Agent? Männer, erhebt euch. Wer war das? Das ist Blasphemerin? Unsere geheime politische Bewegung kämpft für die Rechte der Männer, die Menilisten. Ich bin das, der große Dödel des Volkes. Herzlich willkommen in einem wundervollen Land. Er hat ein Pimmelchen, er ist keine Frau. Ein Land, in dem Männer und Frauen endlich in perfekter Harmonie leben. Ich bin keine Frau wie die anderen. Ja, so langsam verstehe ich es. Jackie im Königreich der Frauen. Hör auf zu lachen. Lass das. In Kino. Hör auf zu lachen. Vielen Dank.